Hallo meine Lieben und Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Bevor wir mit dem heutigen Video loslegen, habe ich aber für all diejenigen von euch, die Lust drauf haben, von Podimo, der Podcast-App, über die ich zum großen Teil alle meine Podcasts höre, wieder ein neues Angebot, das ihr, wenn ihr Lust habt, gerne nutzen könnt und das ihr in der Infobox findet. Und für all diejenigen von euch, die keine Ahnung haben, was Podimo eigentlich ist und was Podimo auch zu bieten hat, kommt jetzt eben noch kurz das hier. Hörbücher und Podcasts zu hören, gehört für mich seit Jahren zu meiner täglichen Routine. Und gerade was meinen Podcast-Konsum angeht, habe ich mich schon vor sehr langer Zeit für Podimo entschieden. Denn bei Podimo heißt es unbegrenzt so viel Podcast hören, wie man will. Ob beim Kochen, beim Aufräumen, beim Einkaufen oder einfach beim Entspannen. Bei Podimo findet ihr eine riesige Auswahl an, vor allen Dingen auch exklusiven Podcasts, die es nur dort gibt und wo sämtliche Themenfelder vertreten sind. Persönliche Entwicklung, Erziehung, Weiterbildung, Business-Marketing, Geschichte, Freundschaft, Liebe, aber natürlich vor allen Dingen auch True Crime. Und die exklusiven True Crime Podcasts auf Podimo sind meiner Meinung nach die besten, die es überhaupt gibt. Ihr wollt Podimo gerne ausprobieren, um euch selbst ein Bild zu machen, euch einfach mal durchzutesten? Dann schaut gerne in die Infobox. Dort findet ihr wieder einen neuen persönlichen Link, den Podimo mir für euch, für meine Community zur Verfügung gestellt hat. Nutzt das Angebot gerne, wenn ihr wollt und genießt Podcast hören ohne Limit. Und jetzt zurück zum Video. Der Fall, über den wir heute sprechen werden, ist sehr groß. Ich habe bei meiner Recherche wirklich oftmals das Gefühl gehabt, dass das alles ein bisschen zu viel ist und habe teilweise wirklich auch selbst ein wenig den roten Faden verloren. Und ich mache mir ja bei solchen umfangreichen Fällen immer ein wenig Sorgen, dass ihr den roten Faden verlieren könntet. Und das ist etwas, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkommen würde. Weil es mir einfach am allerwichtigsten ist, dass ihr, vor allem weil die Videos hier immer doch etwas länger sind, mit dabei bleiben wollt und nicht das Gefühl habt, dass ihr euch irgendwann einmal in diesen ganzen Details verliert. Ich hoffe, dass mir das bei diesem Video und bei diesem Fall, der mir ganz besonders am Herzen lag, halbwegs gelungen ist. Aber stellt euch schon mal darauf ein, dass es eine doch etwas längere Reise hier wieder mit dem heutigen Video sein wird. Nona Carol Dirksmeyer wird am 25. Dezember 1985 in den Vereinigten Staaten geboren. Sie wächst bei ihren Eltern Paul und Carol Dirksmeyer gemeinsam mit ihren fünf Geschwistern, vier Brüdern und einer Schwester in Sackery, einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Louisiana, auf. Ihr Leben beginnt sich zum ersten Mal schlagartig zu verändern, als am 26. August 1996, Nona ist zu dieser Zeit gerade einmal zehn Jahre alt, ihr Vater stirbt. Leider konnte ich abschließend bei meiner Recherche nicht herausfinden, woran Nonas Vater letztendlich gestorben ist. Einmal war von Herzinfarkt in einem anderen Artikel von einem Autounfall die Rede. Was ich aber sicher weiß ist, dass er im Alter von 64 Jahren plötzlich verstorben ist. Nach dem Tod ihres Mannes zieht Carol Dirksmeyer, also Nonas Mutter, jetzt gemeinsam mit ihren Kindern nach Dover, eine kleine Stadt in Arkansas. Das Ganze ist eine riesige Veränderung und große Umstellung für die ganze Familie. Ein neuer Bundesstaat, neue Freunde, neue Schule, neues Umfeld, ein neues Haus und der Tod des Vaters. Und Carol muss jetzt auch erst einmal alleine für ihre Kinder aufkommen. Es dauert allerdings nicht allzu lange, nachdem die Dirksmeyers nach Dover gezogen sind und Nonas Mutter Carol lernt einen neuen Mann kennen. Dwayne Dippert. Die beiden gehen ein paar Mal miteinander aus, verstehen sich gut und es dauert dann ebenfalls nicht sehr lange, bis Dwayne bei der Familie einzieht und ein weiteres Jahr darauf heiratet Carol ihn dann auch. Diese Situation mit dem neuen Stiefvater im Haus ist für alle Kinder in der Familie Dirksmeyer eigentlich kein großes Problem. Sie mögen Dwayne und das liegt daran, weil Dwayne eben auch einfach nett ist und von Anfang an versucht, mit den Kindern seiner neuen Frau Carol gut zurecht zu kommen und eine Beziehung mit ihnen aufzubauen. Sowohl Nonas Brüder als auch ihre jüngere Schwester Judy mögen Dwayne von Anfang an. Nona allerdings überhaupt nicht. Und Dwayne hat später gesagt, dass er sich bei ihr ganz besonders viel Mühe gegeben hat, weil er eben gemerkt hat, dass sie sehr abweisend gegenüber ihm ist. Und er hat sich auch immer gefragt, warum er ausgerechnet zu Nona nie wirklich einen Draht gefunden hat. Später wird sich erklären, warum. Doch damals, als Dwayne in die Familie kam, hat er es nicht verstanden. Nona Dirksmeyer ist ein äußerst ruhiges, zurückhaltendes und schüchternes Kind. Und auch als sie jetzt einige Jahre später in Dover die Highschool besucht, ändert sich das kaum. Doch auch wenn sie Fremden gegenüber oft misstrauisch, skeptisch und scheu ist, so liebt sie es auf der anderen Seite, Musik zu machen und zu singen. Und durch ihre Leidenschaft für das Klavier und Flötespielen lernt sie dann auch nach einigen Monaten auf der Highschool ihren ersten Freund kennen. Kevin Jones. Kevin und Nona haben gemeinsam Musikunterricht. Und da auch Kevin eine Leidenschaft für Musik hat, kommen sie so ins Gespräch. Und wie gesagt, auch wenn Nona sehr zurückhaltend gegenüber anderen ist, merkt man schnell, dass sie sich, wenn sie mit Kevin zusammen ist, auf einmal öffnen kann. Und das wird immer besser und Nona wird, umso mehr Zeit sie mit Kevin verbringt. Und vor allen Dingen, als sie dann auch wenige Wochen später ein Paar werden, immer aufgeschlossener gegenüber auch zum Beispiel ihren Mitschülern, was vorher nie der Fall war. Kevin tut ihr also offensichtlich sehr gut. Und auch Nonas Familie ist begeistert vom aufgeschlossenen, humorvollen, ehrlichen, intelligenten Kevin, der immer mit anpackt und auf den man sich einfach zu 100% verlassen kann. Doch was am meisten auffällt war, dass er wohl der Grund gewesen ist, dass Nona in so vielen Bereichen ihres Lebens jetzt endlich immer selbstbewusster wurde und sich mit seinem Zuspruch und seiner Unterstützung endlich mehr zugetraut hat und auch an sich glaubt. Ein weiteres Zeichen dafür, dass das, was sich zwischen Nona und Kevin abspielt, nicht einfach irgendeine belanglose Highschool-Romanze ist, zeigt sich daran, dass Nona, als die beiden sechs Monate ein Paar sind, ihm etwas erzählt, was sie zuvor noch nie in ihrem Leben irgendjemanden anders anvertraut hat. Nona vertraut Kevin nämlich an, dass sie von ihrem leiblichen Vater Paul jahrelang missbraucht worden ist und dass der Missbrauch erst geendet hat, als sie zehn Jahre alt war, im Jahr 1996, also an dem Tag, an dem ihr Vater starb. Kevin hat später auch erzählt, dass Nona ihm ebenfalls gesagt hat, dass der Missbrauch, den sie durch ihren leiblichen Vater erleben musste, auch der Grund dafür war, warum sie so ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Stiefvater Duane hat. Und warum sie ihn auch nicht an sich heranlässt. Zwar hat Duane weder vom Aussehen noch von seinem Charakter irgendeine Ähnlichkeit mit ihrem leiblichen Vater, dennoch hat er quasi den Platz ihres Vaters eingenommen, als die Familie nach Dover gezogen ist und ihre Mutter ihn geheiratet hat. Und Nona hat das einfach dann damit in Zusammenhang gebracht und hat sich deswegen immer von Duane ferngehalten. Es hatte also per se gar nichts mit ihm selbst zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass er jetzt der neue Vater ist und Nona damit eben überhaupt nicht klar kam. Wie gesagt, Kevin war der Erste und Einzige, dem Nona das erzählt hat. Und als er sie während des Gesprächs dann auch gefragt hat, ob sie denn ihrer Mutter nie davon erzählt hat, hat sie auch gesagt, nein. An dieser Stelle in meiner Recherche habe ich ganz kurz mal innegehalten und ich möchte Euch auch eben meine Gedanken mitteilen, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Und meine Gedanken waren, dass ich es sehr bemerkenswert finde, dass wir hier immerhin von zwei Teenagern sprechen, die zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt waren, die so ein Gespräch miteinander führen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass 15-Jährige nicht in der Lage dazu sind, solche Gespräche zu führen oder auch mit schwierigen Dingen umzugehen. Trotzdem finde ich es erstaunlich, dass Nona und Kevin, wie gesagt, die beide 15, höchstens 16 Jahre alt waren, auf die Art und Weise miteinander sprechen, dass Nona sich getraut hat, Kevin dieses große, dunkle Geheimnis, das sie so lange jetzt für sich behalten hat, zu erzählen. Und dass Kevin auf der anderen Seite sie versucht hat, mit allem, zu was er in der Lage war, zu unterstützen. Dass er ihr versprochen hat, dieses Geheimnis für sich zu behalten, solange sie das möchte. Und dass die beiden dann nach dieser Offenbarung von Nona gegenüber Kevin ihre Beziehung noch intensiviert haben. Dass sie noch mehr zusammengehalten haben. Ich meine, für den einen oder anderen wird das jetzt nichts Besonderes sein. Für mich war es das schon, als ich ein wenig länger drüber nachgedacht habe. Nona Dirksmeier nimmt jetzt in den kommenden Jahren auf der Highschool immer mal wieder hier und da an verschiedenen Schönheitswettbewerben teil, die zumeist einem guten Zweck zugutekommen. Die Menschen um sie herum hatten ihr schon früh immer wieder Komplimente wegen ihres guten Aussehens gemacht. Und außerdem sang und musizierte sie eben auch leidenschaftlich gerne, was ja bei solchen Talent- und Schönheitswettbewerben oftmals auch ein Vorteil sein kann. Und auch hier wieder, Nona wäre, bevor sie Kevin kennengelernt hat, so erzählen auch später ihre Familie und auch ihre Freunde, nie und nimmer auf eine Bühne gegangen, um dort zu singen oder von einer Jury Noten für ihr Aussehen zu bekommen. Doch wie gesagt, sie fühlt sich immer sicherer. Umso länger sie mit Kevin zusammen ist und umso länger er fest an ihrer Seite steht und sie unterstützt. Und genau das tut er. Er ermutigt Nona immer wieder dazu, das zu tun, was sie möchte und sich nicht von ihren Ängsten oder von ihren Unsicherheiten, von irgendetwas, was sie gerne tun will, abhalten zu lassen. Nona gewinnt also jetzt während ihrer Schulzeit immer wieder solche Schönheitswettbewerbe, macht also sozusagen den ersten Platz. Und darauf ist sie stolz und es gab wohl auch einmal einen Schönheitswettbewerb, wo sie den ersten Platz gemacht hat, der dann auch dazu geführt hat, dass sie teilgenommen hat an der Wahl zur Miss Orkinsor. Doch so sehr Nona in dieser Zeit auch aufblüht und umso selbstbewusster sie auch wird, gibt es trotzdem diesen ganz dunklen Ort in ihr, den sie immer wieder versucht wegzudrücken. Doch so mehr sie versucht, ihn wegzudrücken, umso mehr kommt er an die Oberfläche und das ist die Erinnerung an ihren Vater und das, was ihr ihr Vater angetan hat, was er ihr für immer genommen hat, was sie, egal wie viele Preise sie gewinnt und egal wie sehr sie sich weiterentwickelt, nie wieder zurückbekommen kann. In diesen Zeiten weint sie viel, sie zieht sich zurück und ist oftmals dann gerne für sich alleine zu Hause in ihrem Zimmer. Die einzige Person, die sie dann manchmal, nicht immer, aber manchmal um sich haben kann, ist Kevin. Und er wiederum weiß ganz genau, was in Nona vorgeht. Er ist der Einzige, der es weiß, weil er ja auch der Einzige ist, dem sie davon erzählt hat und dementsprechend ist er oftmals bei ihr und hält sie einfach, wenn sie ganz, ganz tief unten am Boden ist. Nona und Kevin verbannt also unheimlich viel. Doch trotzdem haben sie sich natürlich auch sehr oft gestritten und es kam auch während ihrer gemeinsamen Schulzeit immer wieder dazu, dass sie sich auch getrennt haben. Doch meist nicht länger als für ein paar Wochen. Dann waren sie schon wieder zusammen, denn ohne einander konnten sie eben auch nicht. Was dazu geführt hat, dass die beiden im Jahr 2004 zusammen den Abschlussball besucht haben und auch nebeneinander standen, als sie am Ende ihrer Schulzeit ihr Diplom erhalten haben. Doch nach ihrem gemeinsamen Highschool-Abschluss trennen sich jetzt die Wege von Kevin und Nona zum ersten Mal, seit sie sich kennen, für längere Zeit. Denn während er sein Studium an der University in Arkansas circa zwei Stunden weit weg von seinem Zuhause aufnimmt, beginnt Nona auf der anderen Seite an der Tech University in Russellville, nur 15 Kilometer vom Haus ihrer Mutter entfernt zu studieren. Da Nona also nicht weit weg von Zuhause studiert, könnte sie eigentlich auch weiterhin dort wohnen. Doch sie entscheidet sich ganz bewusst dafür, das nicht zu tun, denn es ist ihr unheimlich wichtig, auf eigenen Beinen zu stehen und selbstständig zu sein. Darum mietet sie sich auch zum Beginn ihres Studios im Herbstsemester 2004 ein kleines Apartment in der Nähe des Campus in Russellville. Und auch wenn sie ihr Studium sehr ernst nimmt, darum auch viel lernt und nebenher auch jede Menge um die Ohren hat, zum ersten Mal in ihrem Leben wohnt sie alleine, ist auf sich selbst gestellt und hat für sich Verantwortung. Und das genießt sie sehr. Neben dem Studium verbringt Nona jetzt auch viel Zeit in ihrer Kirche. Vor allen Dingen, weil sie sich dazu entschieden hat, im Chor zu singen. Und hier und da nimmt sie auch weiterhin an Schönheitswettbewerben teil, weil ihr das nach wie vor sehr viel Spaß macht und weil sie das auch neben ihrem doch sehr anstrengenden Studium auf andere Gedanken bringt. Die ersten Monate auf der Uni laufen für sie sehr gut. Russellville ist jetzt nicht unbedingt gerade eine Großstadt. Und auch wenn sich vor allen Dingen, weil die Tech-Universität ja in der Stadt ansässig ist, dort viele junge Leute in erster Linie Studenten tummeln, hat das Ganze trotzdem Kleinstadt-Flair. Und wenn in einer kleineren Stadt etwas passiert, dann weiß eigentlich direkt jeder darüber Bescheid. Und dadurch, dass Nona weiterhin an Schönheitswettbewerben teilnimmt, die sie zum Großteil auch gewinnt, wird sie immer bekannter, auch bei ihren Kommilitoninnen. Vor allen Dingen Männer werden immer mehr auf sie aufmerksam und wollen unbedingt ein Date mit ihr. Nona lehnt das meist ab. Hier und da geht sie mal mit jemandem Kaffee trinken und vielleicht auch essen und unterhält sich. Aber ein richtiges Date hat sie eigentlich nicht. Vor allen Dingen deswegen, weil sie ja auch mit Kevin zusammen ist. Und sie weist ihre Verehrer meist ab. Trotzdem kam es wohl im ersten Jahr an der Universität zu einem beängstigenden Vorfall. Dabei ging es darum, dass Nona von einem jungen Mann auf einem der Schönheitswettbewerbe, an denen sie teilgenommen hat, gesehen wurde. Und dieser junge Mann wollte unbedingt mit ihr ausgehen und hat sie dann im Anschluss angesprochen. Nona allerdings hat ihn abgewiesen und das wollte dieser junge Mann allerdings nicht einsehen und ist stattdessen einige Tage später vor ihrem Apartment aufgetaucht und hat an die Tür geklopft. Und als Nona geöffnet hat und ihm erneut erklärt hat, dass sie nichts mit ihm zu tun haben möchte und dass er jetzt bitte gehen soll, hat er ihr stattdessen den Fuß in die Tür gestellt. Nona hat es trotzdem geschafft, ihn abzuwimmeln und er hat sie im Anschluss dann auch nie wieder belästigt. Allerdings hat ihr diese Situation große Angst gemacht. Denn Nona war nach wie vor gegenüber Fremden sehr zurückhaltend und skeptisch und sie war auch sehr auf Sicherheit aus. Weswegen sie nach diesem Vorfall zusätzlich an der Vordertür ihres Apartments zwei Sicherheitsschlösser hat anbringen lassen, die sie dann laut Kevin auch jeden Abend benutzt hat, um die Tür zusätzlich zu sichern. Kommen wir jetzt aber mal in den Dezember 2005. Das erste Jahr am College neigt sich dem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür. Nona freut sich unheimlich auf die Weihnachtsferien, vor allen Dingen deswegen, weil sie jetzt endlich Kevin wieder einmal für eine längere Zeit ganz für sich haben wird. Denn natürlich wird er auch über die Ferien und Feiertage von der Universität nach Hause zu seinen Eltern kommen und die beiden haben geplant, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Doch im Dezember wird nicht nur Weihnachten gefeiert, sondern auch Nonas Geburtstag. Doch Nona Dirksmeier wird das Weihnachtsfest 2005 nicht mehr erleben. Genauso auch ihren 20. Geburtstag am 26. Dezember. Denn jemand wird ihr kurz zuvor auf brutalste Art und Weise das Leben nehmen. Am 14. Dezember 2005 macht sich Kevin Jones auf den Weg in seine Weihnachtsferien. Er packt am Morgen seine sieben Sachen in seinem Studentenwohnheim zusammen und setzt sich in sein Auto. Zwei Stunden später ist er zu Hause bei seinen Eltern in Dover angekommen und bis zum frühen Nachmittag verbringt er dort auch erst einmal seine Zeit. Doch dann sitzt er schon wieder im Auto. Diesmal auf dem Weg nach Russellville. Natürlich möchte er Nona unbedingt sehen. Und auch wenn Nona auf der anderen Seite noch keine Ferien hat, im Gegenteil, sie hat im Laufe dieser und auch in der kommenden Woche noch einige wichtige Prüfungen, so ruft sie natürlich Kevin auch sofort an, nachdem sie in der Uni Schluss hat und zu Hause in ihrem Apartment angekommen ist. Und sie freut sich darauf, dass er jetzt zu ihr kommt. Und sie verbringen einen wunderschönen Nachmittag und Abend zusammen. Doch Kevin bleibt nicht bei Nona über Nacht. Er hat seiner Mutter versprochen, dass er nicht gleich wieder die erste Nacht, nachdem er jetzt so lange nicht zu Hause war, irgendwo auswärts schläft, sondern dass er doch bitte nach Hause kommen soll. Und genau das macht Kevin auch. Um 21.30 Uhr am Abend dieses 14. Dezember verabschiedet er sich von seiner Freundin Nona und fährt zurück nach Hause. Doch für den nächsten Tag, also für den 15. Dezember, haben sich die beiden natürlich schon wieder erneut verabredet. Nona hat nämlich an diesem 15. Dezember eine dieser wichtigen Prüfungen, die für sie noch ausstehen, bevor sie dann auch in die Ferien geht. Und sie hat mit Kevin vereinbart, dass sie sich bei ihm meldet, wenn sie am Nachmittag wieder nach Hause kommt, sodass er dann zu ihr kommen kann. Doch wie immer meldet sich Nona erst nicht am Nachmittag dieses 15. Dezember bei Kevin. Als er an seinem ersten Ferientag ein wenig ausschläft und gegen 9.30 Uhr aufwacht, fällt sein Blick auf sein Handy und er hat eine Nachricht von ihr. Sie schreibt ihm, Also sie schreibt ihm, dass sie ihn liebt und dass sie hofft, dass er einen schönen Tag hat. Wie gesagt, Kevin hat diese Nachricht von Nona, die sie ihm um 9 Uhr morgens geschrieben hat, um 9.30 Uhr gelesen. Und als er sie gelesen hat, hat er ihr wohl auch nochmal zurückgeschrieben, dass er sie auch liebt und dass er ihr viel Glück für ihre heutige Prüfung wünscht und dass sie sich eben später am Nachmittag, wie vereinbart, melden soll, weil er dann zu ihr fährt. Und jetzt hört Kevin erst einmal in den nächsten Stunden nichts von Nona, was nicht weiter verwunderlich ist. Schließlich geht er davon aus, dass sie in der Uni ist und eine Prüfung schreibt. Doch als sich Nona auch in den weiteren Stunden hinein in den späten Nachmittag überhaupt nicht meldet, wundert sich Kevin doch ein wenig und beginnt dann, ihr Nachrichten zu schreiben. Sie reagiert aber auch nicht auf diese Nachrichten, weswegen er dann damit beginnt, sie anzurufen. Doch sie geht nicht ans Telefon und sie ruft ihn auch nicht zurück. Nona hat sich unheimlich auf diesen Abend mit Kevin gefreut. Und auch schon tags zuvor, am 14. Dezember, hatten sie ja den Nachmittag und den Abend zusammen verbracht. Noch dazu hat er von ihr am Morgen eine absolut süße Nachricht bekommen und es ist einfach schwer vorstellbar, dass sie ihn jetzt einfach versetzen wird. Das wäre auch überhaupt nicht ihre Art. Umso verwunderlicher ist es, dass sie, umso später es wird an diesem Tag, sich immer noch nicht gemeldet hat und auch auf Kevins Anrufe nicht reagiert. Während Kevin also jetzt auf der einen Seite weiterhin darauf wartet, etwas von Nona zu hören und auf der anderen Seite immer wieder versucht, sie anzurufen und ihr zu schreiben, bittet ihn seine Mutter, sie zu einer Weihnachtsfeier zu fahren. Da seine Mutter an diesem Abend etwas trinken möchte, möchte sie nicht selber fahren und Kevin erklärt sich bereit, sie mit dem Auto dorthin zu bringen. Die Weihnachtsfeier ist etwas weiter entfernt und sie setzen sich in Kevins Auto und fahren dorthin. Und Kevins Mutter hat später gesagt, dass ihr aufgefallen ist, dass ihr Sohn einfach beunruhigt gewirkt hat und sie hat ihn gefragt, was los sei. Und Kevin hat ihr während der Fahrt erzählt, dass er sich Sorgen um Nona macht, weil eigentlich ausgemacht war, dass sie sich am frühen Nachmittag meldet. Doch jetzt ist es langsam schon Abend und er hat nichts von ihr gehört. Doch Kevins Mutter versucht ihn zu beruhigen. Es könnte tausend Gründe geben, warum sie sich einfach noch nicht gemeldet hat. Die Prüfung könnte länger gedauert haben. Sie könnte im Anschluss noch mit einer ihrer Freundinnen Kaffee trinken gegangen sein, um über die Prüfung zu sprechen. Vielleicht hatte sie auch noch irgendeinen anderen Termin und hat nur vergessen, Kevin darüber zu informieren. Oder vielleicht hat sie auch ihr Handy zu Hause vergessen. So viele Möglichkeiten und Kevin lässt sich von seiner Mutter ein bisschen beruhigen. Trotzdem schreibt er ihr während der Fahrt noch einmal eine Nachricht. Und die Nachricht, die er ihr schreibt, wird später für sehr viel Furore sorgen. Denn Kevin schreibt ihr im Auto Also, hallo, lebst du noch? Doch auch auf diese Nachricht reagiert Nona nicht. Als Kevin jetzt eine Zeit lang auf dem Weg zur Weihnachtsfeier, wo er seine Mutter abliefern möchte, im Stau steht, wird er immer nervöser und beschließt deswegen jetzt, einen guten Freund von ihm und auch von Nona anzurufen, nämlich Ryan Whiteside. Ryan wohnt nur drei Minuten von Nonas Apartment entfernt. Und er studiert genau wie sie an der Tech University in Russellville. Die beiden, also Kevin und Ryan, kennen sich schon seit der Schulzeit und Nona, wie gesagt, kennt ihn auch sehr gut. Und Kevin hat Glück. Er erreicht Ryan und bittet ihn darum, zu Nona zum Apartment hinüber zu gehen und nachzuschauen, ob sie zu Hause ist, ob alles in Ordnung ist. Und Ryan erklärt sich bereit, das auch direkt zu tun. Er geht hinüber zu Nonas Apartmentkomplex und es sieht alles normal aus. Ihr Auto steht, wie üblich, auf ihrem Parkplatz. Er geht also zu ihrem Apartment und sieht zunächst einmal durchs Fenster und stellt fest, dass im Inneren, in einem der Zimmer, Licht brennt. Er klopft also an die Vordertür, doch Nona öffnet nicht. Er klingelt mehrmals, klopft wieder, klopft auch an eines der Fenster. Allerdings keine Antwort. Es ist still im Apartment. Es sieht so aus, als wäre sie nicht zu Hause. Doch da das Licht brennt und ihr Auto dasteht, passt das irgendwie doch nicht ganz zusammen. Ryan ruft jetzt Kevin zurück und schildert ihm, was er hier vorgefunden hat, was Kevin, der inzwischen kurz davor ist, seine Mutter bei der Weihnachtsfeier abzuliefern, noch nervöser macht. Ganz spontan dreht er auf dem Highway um und fährt mitsamt seiner Mutter nach Russellville. Er sagt, dass er jetzt sofort zu Nona fahren muss, weil er ein komisches Gefühl im Magen hat und seine Mutter, die wahrnimmt, wie besorgt Kevin ist, hat auch kein Problem damit, dass sie jetzt nicht direkt zu ihrer Weihnachtsfeier kommt und die beiden fahren, ja, nach Russellville, um nachzusehen. Als die beiden jetzt kurze Zeit später am Apartmentkomplex ankommen, sieht es zunächst genauso aus, wie Ryan es kurz zuvor am Telefon beschrieben hat. Nonas Wagen steht ordentlich auf ihrem Parkplatz und als Kevin mit seiner Mutter jetzt zur Tür des Apartments kommen, sehen sie ebenfalls, dass drin Licht an ist. Es ist schon sehr dunkles Abend geworden und Kevin klingelt an der Tür und klopft. Er hat eigentlich einen Schlüssel für das Apartment von Nona, doch diesen Schlüssel hat er jetzt nicht dabei, denn ursprünglich war ja nicht der Plan gewesen, jetzt zu Nona zu fahren, sondern erst zu ihr zu fahren, wenn sie sich bei ihm meldet und ihm sagt, dass sie zu Hause ist. Außerdem braucht Kevin eigentlich diesen Schlüssel zu Nonas Apartment nie, weil er sich dort in der Regel nicht alleine aufhält. Sie ist ja zu Hause und kann ihm die Tür öffnen. Jetzt ist das Ganze natürlich aber ein Nachteil, denn dadurch, dass er den Schlüssel nicht dabei hat, kommt er natürlich jetzt auch nicht in die Wohnung. Er versucht weiterhin zu klopfen und zu klingeln, aber niemand macht auf. Allerdings weiß Kevin, dass es noch eine zweite Eingangstür zum Apartment von Nona gibt und zwar auf der Rückseite. Das ist nur sehr wenigen Menschen bekannt, dass das Apartment auf der Rückseite noch einmal Eingangstüren zu den verschiedenen Wohnungen hat und diese Eingangstüren sind auch nicht groß gesichert. Also das sind normale Türen, ja, aber dadurch, dass sie eben sehr unauffällig sind und in der Regel auch von den Bewohnern nicht benutzt werden, wird davon nicht groß Notiz genommen. Doch Kevin weiß, dass die Tür auf der Rückseite eine ist, die er im Notfall aufbrechen könnte. Denn Nona hat diese hintere Tür des Apartments nicht wirklich gesichert. Also sie hat wohl ab und zu einen Stuhl vor diese Tür gestellt, nachts, aber da hatte sie jetzt nicht wie an der Vordertür zusätzliche Schlösser angebracht. Kevin geht also um das Apartment herum und als er auf dem Weg zur Hintertür ist, fällt sein Blick ins Wohnzimmerfenster von Nona und normalerweise sind die Vorhänge im Wohnzimmer immer zugezogen. Doch dieses Mal stehen sie einen Spalt offen und da Licht in der Wohnung an ist, fällt Kevins Blick jetzt auch nach links direkt ins Wohnzimmer durch die Vorhänge hindurch hinein. Und das, was er dort sieht, so hat er später gesagt, wird er sein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Denn auf dem Boden im Wohnzimmer liegt Nona nackt und um sie herum überall Blut. Kevin stürmt jetzt auf die Rückseite und schafft es nach einem zweiten Anlauf die Hintertür des Apartments einzutreten. Er stürmt in die Wohnung und als er im Wohnzimmer ankommt, fällt er auf die Knie und beginnt damit Nona wieder zu beleben. Er versucht es und fasst sie natürlich dabei auch an. Doch sie ist überall voll mit Blut und Kevin ruft nach seiner Mutter, die jetzt ebenfalls ins Apartment kommt und sofort die Polizei und auch den Notarzt verständigt, die dann wenige Minuten später vor Ort sind. Als der Notarzt und die Polizei wie gesagt nur wenige Minuten später am Apartment ankommen und hineingehen, finden sie Kevin immer noch im Wohnzimmer vor. Er sitzt auf dem Boden direkt neben Nona, er kauert und steht offensichtlich völlig unter Schock. Denn er sagt zu den Polizisten, sie ist so kalt, sie ist so kalt, ist sie tot, ist sie wirklich tot? Aber eigentlich stammelt er nur vor sich hin, er kann gar nicht richtig sprechen, weswegen ihn einer der Polizisten jetzt mit nach draußen nimmt. Während Kevin und auch seine Mutter jetzt von einem Polizeibeamten aufs Russellville Police Department gebracht werden, um später noch einige wichtige Fragen zu beantworten, verschafft sich die Polizei einen ersten Eindruck. Offensichtlich hat in dieser Wohnung ein heftiger Kampf stattgefunden. Denn Nonas Klamotten liegen im ganzen Wohnzimmer verteilt. Ihre Jeans liegt in der einen Ecke, ihr Oberteil und ihr BH in der anderen Ecke. Außerdem findet die Polizei auch eine Lampe, die völlig kaputt auf dem Boden liegt und deren Birne ein Loch hat. Also sie ist teilweise zerbrochen. Nona wurde heftig zusammengeschlagen. Vor allen Dingen ihr Gesicht ist kaum noch als solches zu erkennen. Außerdem hat sie mehrere Stichverletzungen in ihrem Bauch, an ihrer Schulter und auch im Nacken. Darüber hinaus kann die Polizei eine große Wunde an Nonas Hinterkopf ausmachen, weswegen sich auch so viel Blut auf dem Boden befindet, weil sie aus dieser klaffenden Wunde sehr stark blutet. Offensichtlich wurde ihr diese Wunde mit dem Stab der Lampe zugefügt, die ja ebenfalls kaputt auf dem Boden liegt. Das sieht so aus, als hätte sie jemand mit dieser Lampe geschlagen. Nona war laut der ersten Einschätzung des Coroners, der gemeinsam mit der Polizei und dem Notarzt vor Ort ist, wohl schon einige viele Stunden tot. Er schätzt den Todeszeitpunkt zwischen 10 Uhr am Vormittag und 12 Uhr mittags ein und das wird dann auch später bei der Autopsie bestätigt. Das heißt also, dass Nona ermordet worden ist, bevor sie an diesem Morgen überhaupt erst das Haus verlassen und sich auf den Weg in die Universität gemacht hat. Und das wird später auch bestätigt, weil sie an diesem Tag niemand in der Uni gesehen hat. Die Wohnung, der Parkplatz und der gesamte Gebäudekomplex werden von der Polizei abgesperrt, Zeugen und auch alle Nachbarn von Nona befragt. Aber es ist jetzt auch die Aufgabe des leitenden Ermittlers Carol Dirksmeier, also Nonas Mutter anzurufen und sie darüber zu informieren, dass ihre Tochter tot aufgefunden worden ist. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass Nonas Mutter wohl zunächst davon ausgegangen ist, nachdem sie diesen Anruf bekommen hat, dass sich ihre Tochter umgebracht hat, dass Nona Selbstmord begangen hat, weil sie eben immer wieder diese depressiven Phasen hatte, von denen ihre Mutter natürlich wusste. Sie wusste nicht, warum Nona diese Phasen hat, aber sie wusste eben, dass sie sie hat. Und deswegen hat sie zunächst gedacht, dass sie sich vielleicht selbst umgebracht hat. Aber als sie dann eine halbe Stunde später am Apartment ihrer Tochter ankommt und die Polizisten sie nicht hineinlassen, da erfährt sie, dass Nona ermordet wurde. Die Forensik beginnt noch in derselben Nacht natürlich mit ihrer Arbeit im Apartment und sichert alle Spuren. Sämtliche Kleidungsstücke von Nona werden eingepackt und ins Labor gebracht. Auf der Lampe, die man auf dem Boden fand, findet sich ein blutiger verwischter Handabdruck. Außerdem findet man an dem oberen Teil der Lampe auch ein blondes Haar und Blut. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Nona offensichtlich mit dieser Lampe geschlagen wurde, da eben ihre Haare und auch Blut daran haften. In der Küche auf der Arbeitsplatte machen die Forensiker dann aber noch eine weitere interessante Entdeckung. Dort liegt eine aufgerissene leere Kondomverpackung. Auch diese Verpackung wird natürlich sofort eingetütet und ebenfalls ins Labor gebracht, um sie auf Spuren von DNA oder Fingerabdrücken untersuchen zu lassen. Und obwohl zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Indiz, geschweige denn irgendein Beweis in diesem Fall vorliegt, ist noch in derselben Nacht im Verhörraum der Polizei von Russellville ganz offensichtlich, wer in deren Augen für den Tod von Nona Dierksmeyer verantwortlich ist. Kevin sollte nämlich eigentlich nur gemeinsam mit seiner Mutter aufs Revier kommen, um einige Fragen zu beantworten. Doch jetzt wird daraus, was Kevin angeht, ein stundenlanges Verhör. Und ja, es ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass die Polizei zunächst einmal Kevin verdächtigt, denn er ist nicht nur ihr Freund und stand ihr über viele Jahre hinweg am nächsten, sondern er ist natürlich auch derjenige, der sie überhaupt erst gefunden hat. Es ist klar, dass die Polizei mit ihm sprechen möchte und es ist vielleicht auch nicht so ungewöhnlich, dass er als Verdächtiger zumindest nicht direkt ausgeschlossen werden kann. Doch bevor nicht alle Spuren erst einmal gesammelt und ausgewertet worden sind, kann die Polizei Kevin nicht festhalten und er darf nach Hause gehen. Vorher muss er allerdings noch seine Fingerabdrücke abgeben. Und man hat ganz klar den Eindruck gewonnen, wenn man sich so ein bisschen was aus diesem Verhör anhört, dass für die Polizei Kevin definitiv schon der Hauptverdächtige ist. Einige Tage später. Die Autopsie hat die Todesursache von Nona Dirksmeyer, nämlich Tod durch mehrere Stichverletzungen und einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bestätigt. Da wird sie unter großer Anteilnahme natürlich in erster Linie von ihrer Familie, aber auch von vielen Freunden, die Nona von früher aus ihrer Highschool Zeit kennt, aber auch von vielen Freunden, die sie während ihrer Zeit auf dem College kennengelernt hat, beerdigt. Was auffällig war, war, dass Kevin nicht an der Beerdigung von Nona teilgenommen hat. Und der Grund dafür ist eigentlich fast unglaublich. Denn einen Tag zuvor hat die Polizei Kevin erneut aufs Revier zu einer weiteren Befragung einbestellt. Obwohl sie wussten, dass Nona am nächsten Tag beerdigt wird und Kevin selbstverständlich bei der Beerdigung dabei sein möchte. Sie haben Kevin zugesichert, dass die Befragung nur ungefähr eine bis zwei Stunden dauern wird. Sie hätten nur noch mal einige Nachfragen. Doch genau das war nicht der Fall. Diese zweite Befragung ging sechs Stunden lang, was dazu geführt hat, dass Kevin nicht auf die Beerdigung von Nona gehen konnte. Stattdessen aber ist ein anderer Teil der Polizei auf der Beerdigung Und nachdem die Trauerfeier dann beendet ist, sprechen einige der Ermittler mit Freunden von Nona vor allen Dingen mit den Freunden, die sie im vergangenen Jahr auf dem College kennengelernt hat. Und dabei erfahren die Ermittler jetzt, dass Nona sich offensichtlich doch, obwohl sie mit Kevin zusammen war, hier und da mit einigen Männern verabredet hat. Bei diesen Verabredungen soll es allerdings jetzt um nichts wirklich Ernstes gegangen sein. Also Nona hatte mit niemand anders eine Beziehung in dieser Zeit. Aber sie ging wohl hier und da mit einigen Männern aus und Kaffee trinken. Daraus hat sich nichts entwickelt. Aber die Polizei erfährt das eben jetzt und möchte natürlich mit diesen Männern sprechen. Und um es kurz zu machen, all diese Personen wurden von der Polizei dann auch noch mal vorgeladen und befragt und sie konnten allesamt als Täter ausgeschlossen werden. Außerdem gelingt es der Polizei auch den jungen Mann ausfindig zu machen, der Nona viele Monate zuvor auf diesem Schönheits Wettbewerb gesehen hat und der ihr dann auch zu ihrem Apartment gefolgt ist und den sie dann nur mit Druck wieder los geworden ist. Und auch dieser junge Mann kann als Täter vollständig ausgeschlossen Allerdings dass Kevin nicht auf der Beerdigung gewesen ist führt dazu obwohl er später natürlich auch erklärt warum er nicht da war dass er nicht nur für die Polizei weiterhin verdächtlich ist sondern auch für Nonas Familie ihre Mutter hat später gesagt dass sie Kevin immer sehr geschätzt hat und dass sie ihm auch blind vertraut hat doch als sie eben gesehen hat dass die Polizei ihn offenbar so verdächtig dass sie ihn jetzt schon zweimal in innerhalb von wenigen Tagen über mehrere Stunden befragt haben und dass er auch nicht auf der Beerdigung war da hat sie eben einfach Zweifel bekommen vielleicht vielleicht kann man das ja auch irgendwo verstehen die Frau hat gerade ihre Tochter verloren und wahrscheinlich hat sie auch irgendwo gehofft dass sobald wie möglich jemand gefunden wird der dafür zur Verantwortung gezogen wird und ja diese ganzen Umstände rund um Kevin in den Tagen nach Nonas Tod haben eben auch bei ihr aber nicht nur bei ihr sondern auch bei vielen anderen Menschen dazu geführt dass er auch für sie zum Verdächtigen wurde vor allen Dingen aber für den leitenden Ermittler Mark Foster der auch dafür verantwortlich war dass Kevin nicht an Nonas Beerdigung teilnehmen konnte steht ohnehin fest dass er der Täter ist vor allen Dingen nachdem jetzt auch die ersten Spuren im forensischen Labor vom Tatort ausgewertet werden konnten ich hatte euch ja vorher erzählt dass man auf dem Boden wo Nona in ihrem eine Lampe gefunden hat und auf der Birne dieser Lampe war auch ein verwischter blutiger Handabdruck und die erste Spur die das Labor untersucht hat war eben dieser blutige Handabdruck Kevin musste seine Hand und Finger Abdrücke nach seiner ersten Vernehmung in der Nacht nach Nonas Tod abgeben und als die Polizei jetzt diesen verwischten Handabdruck auf der Glühbirne mit dem Handabdruck von Kevin vergleicht stellen sie fest dass es Kevins Handabdruck ist außerdem werden Kevins Handabdrücke aber nicht nur auf dieser Glühbirne von der Lampe gefunden sondern auch auf Nonas Körper und auch sonst überall in ihrem Apartment also ich habe mich an dieser Stelle ein bisschen gefragt was daran jetzt groß verwunderlich sein soll immerhin hat Kevin ja auch direkt zugegeben dass er als er ins Apartment gestürmt ist sofort damit begonnen hat zu versuchen Nona wiederzubeleben und er hat ja auch gesagt dass er sie angefasst hat dass er sie gepackt hat es ist also ganz klar dass seine Fingerabdrücke auf ihrer Kleidung sind und dass er dort auch seine DNA hinterlassen hat wenn er versucht hat sie wiederzubeleben außerdem ist diese diese eine Sache die große Fragezeichen aufwirft und genau auf diese Sache stürzt sich der leitende Ermittler als er Kevin wieder befragt und dabei handelt es sich um den blutigen Handabdruck auf der Glühbirne denn Kevin kann nicht erklären wie sein Handabdruck auf diese Birne kommt er kann sich zwar noch daran erinnern dass als er ins Wohnzimmer kam und auf Knien zu Nona gerutscht ist und versucht hat sie wiederzubeleben er an einem bestimmten Punkt einfach wahrgenommen hat dass sie eiskalt ist das war ja auch etwas was er direkt gesagt hat als die Polizei wenige Minuten später kam er hat gesagt sie ist so kalt sie ist so kalt und kurz bevor er aufgehört hat sie wiederzubeleben weil er gemerkt hat dass sie so und ist dann dort eben in der Ecke kauern sitzen geblieben und diese kaputte Lampe lag direkt dort wo Kevin auf dem Boden gekauert ist das heißt dass es durchaus möglich ist dass er als er von Nona weggerutscht ist und sich in die Ecke gesetzt hat und auf die Polizei gewartet hat irgendwie mit seiner Hand an diese Glühbirne gekommen ist dafür spricht auch dass es kein eindeutiger Handabdruck war sondern dass er eben verwischt war und was noch dazu kommt ist dass die Polizei nachdem sie die Lampe gesichert hat direkt auch festgestellt hat dass das Blut das sich auf dieser Birne befunden hat und durch das eben dieser Handabdruck überhaupt hinterlassen werden konnte noch nass gewesen ist also es war ein frischer Handabdruck mit Blut das nicht getrocknet war und das wiederum ist ein klares Zeichen dafür dass Kevin diesen blutigen Handabdruck nicht viele viele Stunden zuvor dort hinterlassen hat als er Nona mit dieser Lampe angegriffen hat sondern dass dieser blutige verschmierte Handabdruck auf diese Glühbirne kam als er sie fand denn wenn er viele Stunden vorher diesen Handabdruck dort hinterlassen hätte wäre das Blut beim Eintreffen der Polizei schon längst getrocknet wir sprechen hier von zehn Stunden doch trotz dieser durchaus logischen Erklärungen wie Kevins Fingerabdrücke und seine DNA ja in das Apartment gekommen sind gibt sich die Polizei damit nicht zufrieden im dritten Verhör das mit ihm gemacht wird sagt der leitende Ermittler Kevin direkt ins Gesicht dass es für ihn überhaupt keinen Zweifel daran gibt dass Kevin Nona umgebracht hat und er sagt das mit so einer Überzeugung dass Kevin auf der anderen Seite wiederum jetzt auch die Fassung verliert in den ersten beiden Verhören die mit ihm gemacht worden sind war er noch relativ ruhig und hat versucht mit der Polizei zusammen zu arbeiten doch jetzt nach diesem direkten Vorwurf dass es überhaupt keinen Zweifel gibt dass er der Killer ist merkt man auch dass Kevin wirklich anfängt wütend zu werden er sagt dass er nichts mit Nonas Ermordung zu tun hat dass er sie geliebt hat und dass er ihr nie im Leben etwas antun könnte und er bietet der Polizei auch an voll wie bisher ja auch zu kooperieren dass sie alles überprüfen können und dass er es nicht war doch man merkt auch in diesem Verhör wieder dass es für die Polizei keinen Zweifel an der Täterschaft von Kevin gibt und sie sagen ihm auch dass sie einen Lügendetektortest mit ihm machen wollen und Kevin stimmt zu denn er möchte unbedingt dass die Polizei begreift dass er mit diesem Mord nichts zu tun hat Kevin macht also jetzt direkt nach diesem wieder mehrstündigen Verhör durch die Polizei wo sie ihn auch als Täter für sich sozusagen schon festgestellt haben diesen Lügendetektortest und er fällt gnadenlos durch ich habe bei meiner Recherche gelesen dass dieses Ergebnis des Lügendetektortests sowas von eindeutig war dass Kevin nicht bestanden hat ein weiteres Indiz für die Polizei dass sie recht haben und Kevin der Täter ist und nicht nur das auch das Motiv und den eigentlichen Tathergang also wie sich das am Morgen des 15 Dezember eigentlich abgespielt haben soll hat die Polizei offensichtlich auch schon herausgefunden laut der Rekonstruktion der Polizei soll Kevin Jones am Morgen des 15 Dezember aufgewacht sein und um 9 Uhr 30 die Nachricht von Nona gelesen haben die sie ihm eine halbe Stunde zuvor also um 9 Uhr geschrieben hat wir erinnern uns zurück sie hat ihm geschrieben dass sie ihn liebt und dass sie ihm einen schönen Tag wünscht doch anstatt jetzt bis zum Nachmittag zu warten darauf dass Nona sich meldet und dass Kevin dann wie verabredet zu ihr fahren kann hätte er sich so die Annahme der Polizei jetzt direkt am Morgen um kurz nach halb 10 als er aufgewacht ist mitsamt dem Schlüssel den er zu ihrem Apartment hatte auf den Weg dorthin gemacht der Grund dafür warum Kevin das hätte tun sollen ist ebenfalls für die Polizei klar denn er war eifersüchtig und er hatte den Verdacht dass Nona ihn betrügen könnte der Verdacht so die Polizei weiter wäre Kevin bereits am Tag zuvor gekommen als er ja den Nachmittag und den Abend bei Nona verbracht hat die beiden hatten sich einige Wochen nicht gesehen und die Polizei vermutet dass Kevin an diesem Abend irgendetwas in Nonas Apartment mitbekommen hat oder auch gelesen oder gehört hat dass ihn zu dem Schluss kommen hat lassen dass sie ihn betrogen hat deswegen hätte er geplant am Morgen zu ihr zu fahren während sie in der Uni ist was er ja wusste weil sie eine Prüfung schreibt und die Gelegenheit genutzt in ihr Apartment mit seinem Schlüssel zu gehen um dort herumzuschnüffeln und nach Beweisen zu suchen die er ihr dann anschließend unter die Nase halten kann dass sie ihn tatsächlich betrügt doch zu seiner großen Überraschung musste Kevin feststellen dass als er dann um kurz nach zehn bei ihrem Apartment ankommt Nona noch gar nicht gegangen ist zur Uni sondern dass sie noch zu Hause ist und sie ist natürlich überrascht dass er einfach in ihre Wohnung kommt die beiden so dann die Annahme der Polizei weiter hätten dann zunächst diskutiert aus der Diskussion wäre ein Streit entbrannt und aus diesem Streit wäre es dann zur Gewalt gekommen als Kevin die aufgerissene Kondomverpackung in der Küche auf der Arbeitsplatte gesehen hat denn dann wäre natürlich klar gewesen dass Nona ihn betrogen hat anscheinend hatte sie wohl noch Besuch von Mr. Unbekannt als Kevin am Abend zuvor wieder zurück nach Hause gefahren ist als er dann diese aufgerissene Kondomverpackung in der Küche gesehen hat hätte er Nona geschlagen und zwar sehr heftig ich meine wir wissen von der Autopsie wie schlimm ihre Verletzungen auch im Gesicht gewesen sind und anschließend hätte sich das Ganze dann so gesteigert dass er dann mit einem Messer das man bis heute nicht finden konnte auf sie eingestochen hat und ihr auch diese schwere Verletzung am Hinterkopf mit der Lampe zugefügt hat ja nach diesem Gewaltexzess hätte sich Kevin dann wieder in sein Auto gesetzt und wäre schnell zurück nach Hause gefahren und den restlichen Nachmittag hätte er sich dann als der besorgte Freund gezeigt und gegenüber seiner Mutter auch erwähnt dass er sich Sorgen macht weil Nona sich nicht meldet und zusätzlich auch Ryan seinen guten Freund mit ins Boot geholt den er dann quasi angewiesen hat zu Nona zu fahren um nachzusehen und und dann zu guter letzt im Anschluss gemeinsam mit einer guten Zeugin nämlich mit seiner Mutter zum Apartment zu fahren und Nona dort dann zu finden Kevin Jones hatte noch nie in seinem Leben irgendwelche Schwierigkeiten mit der Polizei oder dem Gesetz er nahm keine Drogen und hatte noch nicht einmal einen Strafzettel wegen Falschpartens bekommen und darüber hinaus hat er von der ersten Minute an abgestritten dass er irgendetwas mit dem Tod von Nona zu tun hat trotzdem ist die Polizei davon überzeugt dass er und nur er diesen Mord begehen konnte das Motiv Kevin hätte Nona aus Eifersucht getötet hört sich plausibel an und passt auch zu der Art wie sie getötet wurde die Spuren in der Wohnung und auch auf Nonas Körper weisen ebenfalls auf Kevins Anwesenheit hin und vergessen wir bitte nicht das vernichtende Ergebnis des Lügendetektor Tests und genau deswegen wird Kevin Jones drei Monate nach Nonas Tod im März 2006 verhaftet und wegen Mordes ersten Grades angeklagt Im ersten Teil dieses Gerichtsverfahrens legt jetzt die Staatsanwaltschaft der Jury alle gesammelten Indizien und Beweise vor die sie in den letzten Wochen und Monaten eben zusammengetragen haben und sie sind sich sicher dass sie diesen Fall gewinnen können was mich persönlich ehrlich gesagt ein wenig verwundert hat und meine Verwunderung wurde noch größer als ich dann gelesen habe bei meiner Recherche was die Verteidigung eigentlich dann im zweiten Teil dieses Prozesses vorgelegt hat und zwar Entlastungen für Kevin auf ganzer Linie dass dieser blutige verschmierte Handabdruck auf der Glühbirne von Kevin stammen soll das war ja etwas was die Polizei direkt gleich zur Sprache gebracht hat und Kevin konnte ja nicht erklären wie sein Handabdruck auf die Birne gekommen ist doch was die Verteidigung herausgefunden hat und was eben jetzt auch jeder im Gerichtssaal während des Prozesses erfährt ist dass dieser Handabdruck wohl so verschmiert war dass man ihn überhaupt nicht eindeutig Kevin zuordnen konnte es gab verschiedene Marker die sich mit denen von Kevins Handabdruck geglichen haben aber um einen Handabdruck einer Person zweifelsfrei zuordnen zu können müssen mindestens so und so viele Marker übereinstimmen und das war hier überhaupt nicht der Fall also selbst wenn es wirklich so war dass es Kevins Handabdruck gewesen ist Beweise gab es dafür letztendlich nicht außerdem wie ich euch ja vorhin schon gesagt habe führt natürlich auch jetzt die Verteidigung von Kevin vor Gericht an dass dieser Handabdruck frisch gewesen ist und dass es deswegen nur sein kann dass Kevin ihn hinterlassen hat als er Nona fand und nicht als er sie wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei behauptet viele Stunden zuvor umgebracht hat und abgesehen davon warum sollte denn jemand der jemand anders mit einer Lampe erschlagen will die Lampe an der Birne anfassen und dann zuschlagen die Lampe wurde wurde als Tatwerkzeug gebraucht um Nona zu verletzen aber derjenige der sie damit geschlagen hat hat die Lampe am Stiel gehalten um die Kraft zu haben sie damit zu schlagen also wenn überhaupt irgendwo Kevins Fingerabdrücke hätten gefunden werden müssen dann wäre es an dem Stiel der Lampe doch da wurden sie nicht gefunden Die Tatsache wie Kevins Fingerabdrücke und seine DNA überall ins Apartment und auch auf Nonas Körper gekommen sind ist ohnehin offensichtlich und es lässt sich auch kein einziger Zeuge finden der Kevin in der fraglichen Zeit also ab 10 Uhr vormittags in der Nähe von Nonas Apartment gesehen hat Es gibt allerdings einen ganz anderen Zeugen nämlich Kevins Großmutter die unter Eid vor Gericht im Zeugenstand aussagt und Kevins Großmutter behauptet dass sie ihren Enkelsohn um 11 Uhr am Vormittag dieses 15. Dezember an der Tankstelle in Dover gesehen hat Seine Großmutter wohnt ganz in der Nähe der Tankstelle und sie hat ihn vom Garten aus dort gesehen und ist zu ihm hinüber gegangen sie hat ihn ja auch schon viele Wochen nicht gesehen weil er ja eben auswärts studiert und sie war glücklich dass sie ihn direkt gleich am zweiten Tag als er heimgekommen ist dort gesehen hat und sie haben sich kurz unterhalten und Kevin hat in seiner ersten Aussage auch schon gesagt dass er um 11 Uhr an dieser Tankstelle war leider gibt es kein Überwachungsvideo das bestätigen könnte aber seine Großmutter hat eben mit ihm gesprochen 5 bis 10 Minuten lang und dann haben sich ihre Wege getrennt wenn die Polizei aber behauptet dass Kevin um 10 Uhr bei Nona im Apartment war und sie dort ermordet hat und anschließend dann wieder 20 Minuten zurück gefahren ist nach Dover dann wird es ein wenig knapp was dazu kommt ist dass die Verteidigung ebenfalls vor Gericht anführt dass wer auch immer Nona Dirksmeier an diesem Morgen ermordet hat Blut an seiner Kleidung gehabt haben muss und zwar Denn wie gesagt Nona war schwer verletzt und es gab auch einen Kampf zwischen dem Täter und Nona was zumindest dazu geführt haben muss dass auch er wahrscheinlich einige Verletzungen hat zum Beispiel Kratzer im Gesicht an den Händen an den Unterarmen das alles hatte Kevin als seine Großmutter ihn um 11 Uhr Vormittag gesehen hat überhaupt nicht aber auch später als er dann zu Hause war und als er seine Familie gesehen hat zu Hause hat niemand irgendwelche Verletzungen oder sonst irgendetwas bei Kevin bemerkt und auch als er Nona ja dann am Abend im Apartment gefunden hat und die Polizei kam konnten sie auch keine Verletzungen an Kevin feststellen Das Beste allerdings kommt jetzt zum Schluss und die Verteidigung lässt im Gerichtssaal die Bombe platzen Denn natürlich hat Kevin Jones Verteidiger sich vor Beginn des Prozesses sämtliche Gerichtsmedizin Forensik und so weiter geben lassen und dabei Unglaubliches festgestellt Die Polizei hat nämlich die aufgerissene Kondomverpackung die man direkt nachdem man Nona tot aufgefunden hat in ihrer Küche auf der Arbeitsplatte gefunden hat niemals auf Spuren weder auf Fingerabdrücke noch auf DNA untersuchen lassen und das obwohl diese Kondomverpackung als Beweismittel gesichert worden ist Allerdings war es so dass zuerst einmal dieser verwischte blutige Handabdruck auf der Birne untersucht wurde und als man dann festgestellt hat dass er sehr große Ähnlichkeit mit dem Handabdruck von Kevin hat hat man offensichtlich sich nicht mehr die Mühe gemacht jetzt diese Kondomverpackung zu untersuchen denn den Täter hatte man ja bereits als die Verteidigung aber zur Vorbereitung auf den Prozess sieht dass diese Kondomverpackung nicht untersucht wurde veranlassen sie das jetzt selbstverständlich und die Ergebnisse zeigen dass sich auf dieser aufgerissenen Verpackung männliche DNA DNA befindet aber es ist nicht die DNA von Kevin Jones sondern es ist die DNA einer unbekannten männlichen Person und das wiederum heißt dass derjenige der diese Verpackung aufgerissen hat irgendjemand war aber nicht der Angeklagte in diesem Prozess Kevin Jones aber es war wohl auch so und auch das ist etwas was die Verteidigung in diesem Prozess sehr kritisiert und auch der Jury so darlegt dass die Polizei überhaupt kein Interesse daran hatte groß weiter nach irgendwelchen anderen Verdächtigen zu suchen denn man hatte ja und ich zitiere seinen narzisstisch psychotischen Mörder bereits gefunden und dieses narzisstisch psychotische wurde im Übrigen auch nie von einem Arzt bestätigt denn Kevin Jones wurde niemals von irgendeinem Arzt oder Psychiater untersucht es war einfach die Schlussfolgerung der leitenden Ermittler und das war auch weiterhin der Grund warum sich die Polizei nachdem sie Kevins Fingerabdrücke im Apartment und auf Nona gefunden hatten nicht mehr weiter darum bemüht haben nach anderen Fingerabdrücken oder Spuren oder DNA Beweisen in dieser Wohnung zu suchen es gab zum Beispiel an der Vordertür eine Blutanhaftung die der Täter vermutlich hinterlassen hat als er aus der Vordertür hinausgestürmt ist diese Blutspur wurde nie von der Polizei untersucht doch in dieser Blutspur hätte man wahrscheinlich nicht nur Nonas DNA gefunden sondern vielleicht auch noch andere DNA wenn man davon ausgeht dass sich der Täter wirklich verletzt hat bei der Tat oder man hätte vielleicht auch in dieser Blutspur noch irgendwelche anderen Fingerabdrücke sicherstellen können die eben nicht zu Kevin Jones gepasst hätten doch das alles hat man einfach nicht gemacht so viel zum wasserdichten Fall der Staatsanwaltschaft und die Jury sieht das ganz genauso als sie nur wenige Wochen später ihr Urteil spricht sie sprechen Kevin Jones nämlich frei da ihnen während des Prozesses nicht zweifelsfrei dargelegt werden konnte dass Kevin Jones Nona Dirksmeier umgebracht hat auch wenn Kevin und natürlich seine ganze Familie unheimlich glücklich über diesen Freispruch sind ist sein Leben doch nicht mehr dasselbe denn nicht nur hat er Nona verloren sondern es gibt nach wie vor immer noch sehr viele Menschen die ihn für verdächtig halten auch Nonas Familie ist nach wie vor skeptisch gegenüber Kevin auch wenn sie während des Prozesses jetzt natürlich erfahren DNA Spur von einem Unbekannten gibt die auf dieser Verpackung gefunden worden ist es ist nach wie vor niemand anders für den Mord an Nona festgenommen worden und es gab auch in der Vergangenheit was nicht groß überraschend ist dass sich die Polizei ohnehin schnell festgelegt hat keinen anderen Verdächtigen außer Kevin nach seinem Freispruch bleibt also jetzt weiterhin die Frage wer hat Nona umgebracht kurz nachdem man Nona gefunden hat ich hatte es euch gerade vorhin im Video schon mal gesagt hat die Polizei den gesamten Apartment Komplex abgesperrt und auch alle Nachbarn befragt darunter auch einen Mann namens Gary Dunn und Gary Dunn war für die Polizei ein wichtiger Zeuge denn er hatte das Apartment direkt neben dem von Nona und die Polizei hat ihn auch als einen der Ersten befragt denn da er direkt neben dran war war die Wahrscheinlichkeit hoch dass er irgendetwas mitbekommen hat an diesem Vormittag doch Gary hat der Polizei gesagt dass er überhaupt nichts gehört hat und dass er Nona auch nicht sehr gut kennen würde dass er noch nie in ihrer Wohnung war und davon abgesehen hätte er auch ein Alibi für diesen Tag für diesen Vormittag er sei nämlich mit seiner Mutter beim Einkaufen gewesen und da er der Polizei auch gleich das alles erzählt hat und die Mutter von Gary Dunn von der Polizei dann auch kontaktiert wurde und sie bestätigt hat dass sie mit ihm beim Einkaufen war an diesem Vormittag hat man sich auch um Gary Dunn nicht mehr weiter gekümmert das 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 hätte die Polizei besser tun sollen denn jetzt nachdem Kevin freigesprochen worden ist sehen sie sich eben alle Zeugen Befragungen speziell die Befragungen der Nachbarn noch einmal an und Gary Dunns Aussage kommt ihnen auch nochmal unter die Augen und einer der Polizisten beschließt jetzt einmal sich Gary Dunns Akte genauer anzuschauen denn es gibt eine Akte über ihn und das hat einen guten Grund denn Gary Dunn hat mehrere Vorstrafen so zum Beispiel wurde er einige Jahre vor dem Mord an Nona Dierksmeyer wegen schweren Diebstahls verhaftet und hat auch schon eine Anzeige wegen Körperverletzung bekommen aber im Jahr 2001 wurde Gary zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt weil er eine Joggerin angegriffen und schwer verletzt hat zu dem Zeitpunkt Als Nona Dierksmeyer umgebracht wurde wohnte Gary erst ein halbes Jahr in dem Apartment direkt neben ihr und er war auf Bewährung draußen weil er eben erst so lange Zeit im Gefängnis saß wegen dem Angriff auf die Joggerin Als die Polizei also jetzt diese neuen Informationen über Gary Dunn herausfindet statten sie ihm erneut einen Besuch ab Er wohnt immer noch direkt im Apartment neben Nona und er erzählt den Ermittlern genau dasselbe was er ihnen viele Monate zuvor schon berichtet hat als sie ihn das erste Mal als Zeugen befragt haben nämlich dass er Nona kaum gekannt hat dass er nie in ihrem Apartment war und dass er auch ein Alibi für diesen Tag hat an dem sie ermordet worden ist und trotzdem ist die Polizei weiterhin skeptisch und fragt Gary ob er bereit wäre eine DNA Probe abzugeben und er erklärt sich sofort bereit dazu und nur wenige Tage später steht fest dass die DNA auf der gefundenen aufgerissenen Verpackung und die DNA von Gary Dunn ein und dieselbe sind was mit anderen Worten bedeutet dass er derjenige war der die Verpackung aufgerissen hat und dass er auch gelogen hat als er gesagt hat dass er nie in Nonas Apartment war denn dort lag es nun einmal nachdem jetzt also bestätigt ist dass Gary Dunns DNA in Nonas Apartment gefunden wurde möchte die Polizei mit seiner Mutter sprechen die ihm ja Monate zuvor ein Alibi verschafft hat angeblich war er mit ihr beim Einkaufen doch als die Polizei jetzt dieses Alibi noch einmal genauer überprüft stellen sie fest dass es nicht der 15. Dezember war an dem Gary Dunn mit seiner Mutter den ganzen Tag shoppen war sondern dass es der 13. Dezember war das konnte sich auch durch mehrere Quittungen belegen lassen von Dingen die von Gary Mutter an diesem Tag gekauft worden sind das heißt dass er eben auch kein Alibi hat da sich die Polizei nach diesen Erkenntnissen voll und ganz auf Gary Dunn konzentriert erfahren sie jetzt in den nächsten Tagen noch mehr so zum Beispiel meldet sich die Ex-Freundin von Gary Dunn die der Polizei erzählt dass sie in den Wochen vor Nonas Tod immer mal wieder bei Gary im Apartment war und dort wäre ihr aufgefallen dass er eine richtige Obsession gegenüber Nona entwickelt hat immer wenn sie aus dem Haus ging hat er das wohl mitbekommen und hat dann ebenfalls aus seinem Küchenfenster geschaut um sie zu beobachten wie sie zum Auto geht außerdem wäre es auch so gewesen dass man von seinem Küchenfenster aus in Nonas Schlafzimmer hat sehen können und auch wenn sie meist die Rollladen heruntergelassen hatte oder die Vorhänge zugezogen waren hat er trotzdem immer wieder versucht in ihr Schlafzimmer zu schauen Gary Ex-Freundin sagt weiterhin dass sie mitbekommen hat dass über zwei Tage hinweg einmal ein Kater bei Gary in der Wohnung war Gary mochte eigentlich keine Haustiere weswegen sich seine Ex-Freundin darüber sehr gewundert hat und ihn darauf angesprochen hat was dieser Kater denn hier zu suchen hat doch Gary hat ihr darauf keine Antwort gegeben und hat nur gesagt dass er auf den Kater für einen Bekannten aufpassen würde und kurz danach haben sich die beiden dann auch endgültig getrennt weswegen die Ex-Freundin dann nichts mehr weiter dazu zu sagen hatte was die Polizei aber jetzt herausfindet ist dass dieser Kater der Kater von Nona Dirksmeier war und Nona hatte ihrer Mutter verzweifelt erzählt dass ihr ihr Kater entkommen ist und dass sie ihn nicht mehr findet offensichtlich war es so dass Gary den Kater nachdem er von Nona aus der Wohnung entwischt ist geschnappt hat und mit in seine Wohnung genommen hat und dort ihn zwei Tage lang festgehalten hat während er in dieser Zeit Nona ritterlich seine Hilfe angeboten hat um nach dem Kater zu suchen und in dieser Zeit haben sich Nona und Gary ich möchte jetzt nicht sagen angefreundet aber kennengelernt denn sie haben nebeneinander gewohnt aber sie hatten tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht sehr viel miteinander zu tun doch Nona hat dann wohl auch gegenüber einer Kommilitonin erwähnt dass sie einen sehr netten Nachbarn hätte der ihr bei der Suche nach ihrem Kater geholfen hat und natürlich war auch Gary dann der strahlende Held der Nona zwei Tage später den von ihm festgehaltenen Kater wieder zurückgebracht hat und damit hat er sich endgültig Nonas Vertrauen erschlichen und deswegen ist es auch nicht weit her geholt wenn man jetzt darüber nachdenkt dass Gary an diesem Morgen des 15 Dezember als er bei Nona an der Tür geklopft oder geklingelt hat Eintritt bekommen hat dass sie ihn hereingelassen hat denn sie kannte ihn und sie hat ihm wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Maß Vertrauen geschenkt Die Polizei holt Gary und auch wenn er sich bei dieser Vernehmung hier und da in Widersprüche verstrickt bleibt er trotzdem standfest dabei dass er Nona nichts angetan hat dass er sie nicht umgebracht hat und die Polizei fragt ihn ob er bereit wäre einen Lügendetektor Test zu machen und Gary stimmt zu und er besteht diesen Test ich wäre bei diesem Fall beinah verrückt geworden Gary dann hat diesen Lügendetektor Test einwandfrei bestanden ein Dilemma für die Polizei denn auf der einen Seite hat man so viele neue Erkenntnisse und so viele Informationen und natürlich auch forensische Beweise die auf ihn als Täter hindeuten auf der anderen Seite hat man jetzt einen Lügendetektor Test den er eindeutig bestanden hat und ja ich weiß und ich sage das ja auch immer wieder auf diese Lügendetektor Tests kann man in der Regel nicht sehr viel geben sie sind einfach nur ein kleiner Hinweis Geber das Ergebnis so eines Lügendetektor Tests darf ja nicht umsonst vor Gericht nicht einmal verwendet werden weil er einfach nicht viel im Prinzip sagt und genau deswegen wird Gary dann jetzt trotzdem wegen Mordes ersten Grades an Nona Dürksmeyer angeklagt weil eben die Beweise vor allen Dingen natürlich auch die DNA Beweise viel stärker wiegen als dieser bestandene Lügendetektor Test und im Jahr 2010 beginnt dann auch sein Prozess Die Staatsanwaltschaft behauptet dass Gary in Nona verliebt gewesen ist seit er sie zum ersten Mal gesehen hat als sie neu in diesen Apartmentkomplex eingezogen ist es gibt viele Stimmen die bezeugen dass Gary in Nona immer wieder nachgeschaut hat dass er eben auch ja immer versucht hat sie zu beobachten wenn sie das Haus verlassen hat die Geschichte mit ihrer Katze kommt auf und eben auch dass sein Alibi das er nachdem man Nona fand der Polizei erzählt hat überhaupt nicht der Wahrheit entspricht die Staatsanwaltschaft sagt der Jury dass es ihrer Meinung nach so gewesen ist dass Gary mitbekommen hat dass am Tag vor dem Mord also am 14. Dezember Kevin zu Nona ins Apartment kam dass er dort den ganzen Nachmittag und auch den Abend verbracht hat das ist Gary mit Sicherheit nicht entgangen denn er hat Nona offensichtlich ständig beobachtet und dass sie Männerbesuch hatte dass ihr Freund bei ihr ist das ist ihm mit Sicherheit nicht entgangen allerdings dürfte Gary auch mitbekommen haben dass Kevin am Abend wieder nach Hause gefahren ist und daraus hat er geschlussfolgert dass er nicht die Nacht bei Nona verbracht hat weswegen er am nächsten Morgen um kurz vor 10 zu ihrem Apartment hinüber ging in der Tasche hatte er das Kondom dabei als er an die Tür geklopft hat hat Nona ihm aufgemacht vermutlich war sie schon angezogen auf dem Weg zur Uni denn als man sie später fand hatte sie ihre Jeanshose und ihr Oberteil an dass sie eigentlich auch öfter anzieht wenn sie eben zur Uni geht also sie war jetzt nicht mehr im Schlafanzug oder so deswegen kann man davon ausgehen dass sie eigentlich kurz davor war das Haus zu verlassen um zu ihrer Prüfung zu gehen doch als sie jetzt sieht dass Gary vor der Tür steht ihr netter Nachbar den sie kennt und dem sie vertraut lässt sie ihn in ihre Wohnung anschließend anschließend so die Schlussfolgerung der Staatsanwaltschaft hätte Gary versucht sich an Nona heranzumachen und als er dann gemerkt hat dass sie nicht mitmacht dass sie das nicht will und dass sie ihn vielleicht sogar weggestoßen hat und ihn aus dem Apartment rauswerfen wollte hat er sie angegriffen vor Wut darüber dass sie mit ihm nichts zu tun haben will und dass sie einen Freund hat der gestern dann auch noch bei ihr war hat er sie geschlagen und das ganze hat sich dann gesteigert und daraufhin wäre es auch dazu gekommen dass Gary Nona mit dem Messer verletzt hat und im Zuge dieses dieser Auseinandersetzung sie dann auch mit der Lampe geschlagen hat es konnte bei der Autopsie von Nona nicht eindeutig belegt werden dass sie vergewaltigt wurde allerdings auch aus dem Grund weil es eben keine Spuren gab was kein Wunder ist wenn man bedenkt dass Gary Dunn ja ein Kondom dabei hatte eben schon mit dem Wissen dass er dann keine Spuren hinterlassen wird doch Gary Dunn hat natürlich auch eine Verteidigung und seine Verteidigerin sagt jetzt vor Gericht dass Gary hier eigentlich nur der Sündenbock ist und dass er nur deswegen vor Gericht steht weil die Staatsanwaltschaft den Wahntäter Kevin Jones diesen Mord nicht nachweisen konnte und deswegen muss Gary jetzt sozusagen herhalten was dazu kommt ist dass die Jury niemals erfahren hat dass Gary Dunn vorstrafen hat die Jury hat nie zu hören bekommen dass er eine Joggerin angegriffen und schwer verletzt hat und daraufhin sechs Jahre lang im Gefängnis war und sie hat auch nicht gehört dass er auf Bewährung war als er direkt neben Nona Dirksmeyer gewohnt hat ebenfalls hat die Jury nicht gehört dass er schon wegen Körperverletzung vorbestraft war und auch wegen mehrerer Diebstähle das alles ist der Jury nicht zu Ohren gekommen und am Ende haben sie haben sie ihn auch für nicht schuldig befunden weil die Jury auch in diesem Prozess nicht genug Beweise bekommen hat dafür dass es jetzt Gary Dunn gewesen sein soll Gary Dunn wird also freigesprochen und kann sein Leben in den nächsten acht Jahren ganz normal weiterführen bis zum Sommer 2018 An einem heißen Tag im Juli bekommt die Polizei einen Anruf von einer völlig hysterischen Frau Diese Frau sagt dass sie gerade von einem Mann auf offener Straße angegriffen worden ist der versucht hat sie in sein Auto zu ziehen Die Polizei fährt sofort an den Ort wo sich das alles abgespielt haben soll und findet dort die völlig verzweifelte und auch verletzte Frau am Straßenrand auf Sie sagt der Polizei dass ein Mann in einem grauen Wagen gekommen sei und sie angesprochen habe sie allerdings hätte nicht auf ihn reagiert und wäre einfach weitergegangen Dann hätte sie gemerkt dass er wütend geworden ist sein Auto angehalten hat ausgestiegen ist und angefangen hat auf sie einzuschlagen Dann hätte er sie geparkt und versucht in sein Auto zu ziehen und wenn sie sich nicht bitterlich gewehrt hätte und noch dazu auch ein Auto von weiter weg hat kommen sehen dann wäre das Ganze wahrscheinlich nicht gut für sie ausgegangen Doch als dieser unbekannte Mann das Auto gesehen hat ist er selbst wieder zurück in seinen Wagen und ist davon gebraust Nur wenige Stunden später steht fest dass es sich bei diesem unbekannten Mann um Gary Dunn gehandelt hat er hat wieder eine Frau angegriffen wie schon so viele Jahre zuvor auch aber das ist noch nicht alles nachdem Gary Dunn wegen diesem Angriff auf die Frau verhaftet worden ist meldet sich eine Studentin und zwar eine Studentin an der Tech University genau an der Universität wo auch Nona Dirksmeyer studiert hat und diese Studentin sagt dass sie vor wenigen Monaten genau von diesem Gary Dunn ebenfalls angegriffen worden ist als sie draußen auf der Straße vom Einkaufen nach Hause kam sie wollte zurück zu ihrem Apartment komplex und es war schon ziemlich spät am Abend als Gary mit seinem Wagen an ihr vorbeigefahren ist und auch sie versucht hat zuschlagen und in sein Auto zu sehen doch sie ist ihm entkommen und hat ihn aber nie angezeigt weil sie einfach das so schnell wie möglich vergessen wollte und deswegen nicht zur Polizei gegangen ist aber auch sie identifiziert Gary eindeutig als den Mann der sie angegriffen hat es findet also ein neuer Prozess statt und in diesem Prozess sagt sowohl die Joggerin aus die Gary im Jahr 2001 angegriffen hat als Zeugin als aber auch die Studentin und jetzt auch die weitere junge Frau die er versucht hat mit seinem Auto zu entführen und jetzt spricht ihn die Jury schuldig er bekommt 15 Jahre ohne Bewährung für den Mord an der 19 Jahre alten Nona Dirksmeier allerdings wurde nie jemand verhaftet und ihre Familie hat auch bis zum heutigen Tag auf so viele Fragen keine Antwort vor allen Dingen nicht auf die Frage wer sie am Morgen des 15 Dezember 2005 wirklich umgebracht hat Ja Es gab einen Prozess und beide Männer wurden freigesprochen und am Ende sitzt man da mit einem großen Fragezeichen denn man weiß letztendlich einfach nicht wer Nona Dirksmeier umgebracht hat doch damit sind wir natürlich auch bei meiner ganz persönlichen Meinung zu diesem Fall die ich euch nicht vorenthalten möchte und ich kann es in diesem Fall kurz machen denn ich bin davon überzeugt dass Gary Dunn derjenige war der Nona Dirksmeier am Morgen des 15. Dezember 2005 in ihrer Wohnung ermordet hat für mich spricht viel mehr dafür dass es Gary war und eigentlich überhaupt nichts dafür dass es Kevin gewesen ist natürlich ist es auch möglich dass jemand ganz anders für den Tod von Nona verantwortlich ist das habe ich bei meiner Recherche auch hier und da gelesen doch das glaube ich nicht Ja meine Lieben schreibt mir aber natürlich was ihr denkt in die Kommentare wie findet ihr es dass Kevin verhaftet und vor Gericht gestellt worden ist denkt ihr dass die Beweise Indizien eher die die Polizei zusammengetragen hat um ihn anzuklagen überhaupt ausgereicht haben also ich finde dass das überhaupt nicht ausgereicht hat was da vorgelegt wurde um einen Prozess zu führen und es hat mich deswegen auch so überrascht dass die Staatsanwaltschaft so total überzeugt war dass sie diesen Prozess gewinnen werden deswegen schreibt mir da gerne natürlich eure Meinung schreibt mir aber natürlich auch mal was ihr zu Gary Dunn sagt und seiner Beziehung zu Nona und ob ihr euch vorstellen könnt dass das alles was dann im Nachhinein noch herauskam eher darauf hindeutet dass er der Täter ist was ja auch ich Kommentar und wie gesagt wenn ihr Lust habt meine Lieben schaut natürlich auch nochmal in die Infobox mein Link zu Podimo steht da auch nochmal mit drin falls ihr die App gerne ausprobieren wollt damit verabschiede ich mich jetzt von euch meine Lieben ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich